Nein, mach gut, lebst du, ich reißen. Warte noch, ey. Du kennst halt die Intimidzone, wahrscheinlich. Du bist ja Kunde. Oh, schön, schön auf die Scheme. Ja, jetzt wirklich langsam oder schnell? Nee, langsam. Wie du möchtest. Langsam. Sonst gehen die Haare ja nicht ab. Langsam Diäten. Langsam, langsam Diäten. Langsam geht los. Ey, vor allen Dingen, halt, ich halte dir die Haut mit ab, ey. So, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. Ne, von unten hoch? Ja, ja, ruhig, ich geh nicht durch. 1, 2, 1, 2, 1. Ah, leck, homi. Willst du ein ganzes Bein geplant gemacht? Boah, leck, homi. Ey, das ist gut, Zubfleisch, der geht her. Ey, ist aber geil. Das ist gut. Spaß zu behalten, auf jeden Fall. Wie war das von unten? Schön von unten. Was passiert denn hier? Guck mal. Mach mal lang. Mach mal lang. Noch ein bisschen mehr. Ne, das geht nicht. Ne, das geht nicht. Das ist kein Heißwachs. Ey, das muss gleich aus. Traurig wirklich. Au, ey, au, ey. Schön, ey, schön. Schön, lieb. Ich hab schon, aber heimlich. Soll ich dir meinen Kontaktladen geben? Ja, aber... Ey, wenn du so Freunde hast, ne, dann traust du kein Scheidungsanwalt. Das hat...